herzlich willkommen und danke dass du auf diesen kanal eingeschaltet hast du hast alles richtig gemacht du bist jetzt auf den neuesten stand der dinge denn ich zeige dir heute die besten angebote die ich so finden konnte denn ich habe eine e mail erhalten dass wir wieder ein pokémon zählen haben und dann dachte ich mir hey ich mache mir jetzt ein video darüber deshalb ist es immer ganz wichtig finde ich bei solchen shops immer wieder sich benachrichten benachrichtigen zu lassen wenn angebote im raum stehen denn man wird dann wie gesagt darüber informiert und so dachte ich mir hey ich mache mal jetzt ein paar angebote in einem video fertig und zeigt sie euch mal und ich würde sagen wir fangen mal mit einem der interessanteren produkten an und zwar haben wir hier immer noch die möglichkeit für ende des jahres ein booster wandel von 151 zu bestellen und zwar für 29 99 bezahlen hier keine 40 oder 50 euro ihr müsst halt geduld mitbringen wie gesagt das ist auf jeden fall ein sehr interessantes produkt und meiner meinung nach eins der schönsten selbst die wir seit langem haben und wenn wir denn schon auf pokémon sind habe ich hier für euch ein fünf prozent rabatt coupon rausgesucht und zwar wenn ihr beim wagenkorb 5 eingibt dann spart sie noch mal fünf prozent auf die gesamte bestellung das ist doch schon mal richtig nice machen wir mal weiter auf pokémon und zwar sehen wir hier eine englische silber tempels elite trainer box für 32 99 kann man hier aus meiner sicht nichts falsch machen eines der letzten schwert und eins der letzten schwert und schild era setzt die wir noch zu malen preisen bekommen können so dann schauen wir uns die nächste elite trainer box an meiner meinung nach die schönere und interessantere box aber wer die gerne alle sammeln möchte macht hier definitiv nichts verkehrt denn wir zahlen hier 35 99 für eine lost origin elite trainer box wie wir sehen steht jedoch in klammern ist sie im vorverkauf bedeutet davon wird definitiv was noch auf dem markt geworfen wenn ihr geduldig seid dann könnt ihr auch warten ansonsten holt ihr euch für den preis da kann man definitiv nichts falsch machen und dann bleiben wir auch immer noch auf pokémon und schauen uns mal diese elektro ball v box an es ist schon eine etwas ältere box die immer wieder gedruckt wird warum auch immer aber wir freuen uns darüber und hier erhalten wir noch vier wunderschöne booster aus der schwert und schild era lassen wir mal die promo produkte außen vor haben wir hier vier schöne deutsche schwert und schild booster unter anderem zwei verlorener ursprung sowie ein fusion strike beziehungsweise fusion angriff booster und ein strahlende sterne booster meiner meinung nach eine gute auswahl für wenig geld kann man definitiv nichts falsch machen und wir schauen uns mal den zählen auf anderen seiten auch noch mal an hier sehen wir auf kofuku.de definitiv ein gutes preis leistungsverhältnis für 20 99 im angebot das partier bei deren feld booster wandel definitiv ein gutes produkt und dann würde ich sagen schauen wir uns da mal auf karts von punkte ein weiteres sehr interessantes produkt an denn wir kriegen hier für 38 99 ein astral radians bild in battle stadium box und das interessante an diesem produkt ist dass wir hier zwei privilege kids haben sowie mit jeweils vier booster und die möglichkeit eins von diesen vier promos zu ziehen aus jeweils einer dieser boxen zusätzlich haben wir hier noch mal ein paar booster mit beigelegt wir kommen dann insgesamt für 38 99 auf 12 booster das ist für den ein oder anderen interessant der von astral radians noch nichts da hat oder bock hat dieses produkt zu rücken denn wir sehen hier sehr geringer bestand fast vergriffen also die die nachfrage dieser schwert und schild produkte ist nach wie vor gigantisch und wir sehen hier lange haben wir nicht mehr viel auf lager definitiv eine überlegung wert da nicht in astral radians rein zu gehen so und das war es dann auch an der stelle mit den ganzen empfehlungen meinerseits so und das war es dann mit dem video erstmal für die deutsch englischen produkte im nächsten video geht es dann weiter mit den japanischen angeboten da könnt ihr euch darauf freuen denn wir machen hier viele viele gute schnapper für unter 50 euro wenn euch das interessiert dann bleibt doch gerne am ball abonniert diesen kanal kostenlos lassen leid unter diesem video da und verpasst nicht das nächste video wo ich euch die coolen japanischen produkte einmal für sehr wenig geld empfehlen werde ich würde sagen das war es dann an dieser stelle von mir habt einen schönen tag und bis zum nächsten mal